Hallo. 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 Mein Name ist Malte, mit dabei sind viele fantastische YouTuber. Und wir spielen zusammen Gang-Bees. Das ist so wie Smash Bros, nur ein bisschen Kacke. Los geht's. Der hat geprugelt dich schon hier. Die Würste kamen. Die Würste kamen. Ich bin weg, oder? Was will dir mein Lehrer? Du von mir! No way! Ah, danke! Danke! Maxim! Maxim bitte! Danke! Bitte! Oh Mann, nur noch meine Arme sind da! Meine Arme halten! Meine Arme halten! Ah! So, warte mal. Erstmal hab ich ne Frage, wie viel Wurst ihr überhaupt vertragen könnt. Weil gleich kommt hier ne ganze Rohr. Alter, ich sprüge ja über. Warum ist das nicht in der Tofu-Fabrik? Man, da könnt ich die ja mit identifizieren. Kann ich mal wieder aufstehen? Da kommt gleich die neue Rechtsschutzversicherung. Alter, das war übel close. Den Walder, wie das Duft... Nein! Heftig, deftig wird sich gut! Maxim, halt dich am Rohr fest! Geh auf die linke Seite! Nein! Nein! So, ich will hier einfach nur weg. Ich will in dieser Fabrik nicht arbeiten. Oh, lol! Und Fisk-Pamier... Wer kommt denn hier über die gleiche Strategie? Kann man eigentlich so ne Wurst nach festen? Oh, what? Nein, nein, nein! Malte! Weg mit deiner Rechtsschutz! Ja, da will ich mal durchklettert! Das geht so nicht! Wie klettert man denn?! Nooo! Geh runter! 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 Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Guck mal! Das ist aber ne große Fabrik! Oh, ja! Der haut sich selbst! Der haut sich selbst! Einfach ne Fabrik von Geistesgestört! Qualitätskontrollen von der Wurst, Alter! Oh, ja, ja, ja! Halt ihn fest! Zieh ihn runter! In die... Boah! Jetzt kommt... Nein! Der hat die hänge Taktik komplett perfektioniert! Ich sag's mal so! Ich geh jetzt erstmal da hoch! Ich geh auch da hoch! Das hochklettert ist auf jeden Fall... Oh, ja! Den hab ich runtergekriegt! Gott! Das ist aber ne große Fabrik! Hochfeuer! Oh, ja! Guck mal, kein Headbutton! Oh! Alter, ich kann nicht so! Nein! Nee, lass mich in Ruhe! Ich bin der Investor! Ich will deine scheiß Aktien nicht haben! Ich bin der Investor! Ich bin der Investor! Ich bin der Investor! Ich bin der Investor! Wie komm ich denn hier hoch? Alter! Zieh runter, Junge Karl! Boah, krass, Alter! Der Jump! Die fliege ich da rüber vor! Da kommen die Sponsoren mal im Rundgang! Ja, hier ist unsere Großverarbeitungsanlage! Da siehst du einfach nur den Vorarbeiter sich mit dem Investor die ganze Zeit knappen! Oh, stark! Jetzt muss ich aber irgendwie... Das ist ein guter Flash! Der Kick ist ja auch nicht schlecht! Jetzt aber nur ins Face, Alter! Oh, jetzt! Uh! Alter, die Gärten überleben, Alter! Nee, aber die Tönix! Jetzt, ja! Oh, oh! Oh! Und kommt der Finish? Alter, die Wurst kommt nie von denen! Kommt der Finish? Oh! Okay, okay, klar! Oh! Oh! Das ist ein Unentschieden! Oh! Das war schon ein starker Kampf! Das war schon stark! Aber hey! Also, wer möchte jetzt verfickt noch mal eine Gehaltserhöhung? Ich! Oh! 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 Nein! Oh! 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 Ja! Das hat funktioniert! Das hat Spaß gemacht! Aber wir haben viel mehr Runden aufgenommen ... Und dann könnt ihr mal unten vorbeischauen, wenn ihr mehr sowas sehen wollt, dann gerne in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt.